Oh mein Gott, Lilly und Strike sind drauf. Echt crazy. Hör Gänsepimmel, die wollen safe fighten, du musst eh gleich spawnen. Hey, die würdest du safe 3 tun, ne? Wird die 3-1 gehen? Läusl, er joint wirklich nach. Er joint den wirklich nach. Er hat gesagt, er joint den nach. Ja, Läusl hat mir geschrieben, er joint den nach. Der Krämer. Die müssen die halt auch fighten. Die wollen die fighten. Nee, stopp nicht. Doch, doch, also Läusl will die halt fighten. Hat er mir geschrieben. Achso, die anderen. Ich würd mich lieber umbringen an. Null kürzeln statt einer Läuse zu sterben. Comics joint auch. Tränen sie. Oh, du gehst nicht spawnen. Rumba, ich seh gleich nicht am spawnen. Da mit einem Punch-Rung. Die sollen sich, alle Dudes sollen sich schön totdrainen. Ich farm mir meinen... Er möchte, hätte ihm mal einen fight ab. Hallo, Gänsepädels? Wer möchte uns haben? Er möchte, hätte ihm mal strike. Obwohl, warte, haben die schon einen Strike, Fischi? Okay, unterstrichen Läuse. Äh, nein. Kannst du mit Björmann einen Fischi noch währenddessen? Ach, so geheim. Ja, dann kann ich einfach reinschauen. Geil. Ja, Roma kannst du nicht sehen, der hat eh keine zwei Monitore, der muss austappen dafür, Digga. Ja, und? Könnte ich ja. Ja, Digga, die Fresse jetzt. Ja, warum sind jetzt so viele drauf? WTF? Fischi mach. Boah, Gänsepenis. Fischi mach bitte. Jedes Duo drauf. Was mach ich mit Pro3? Bitte Fischi mach. Scheiß auf Pro3. Ich bekomm Pro3 Buch. Mach einfach, mach einfach. Mach das Buch. Und dann mach Low-Enged, mach den Rest. Mach ein Piece Low-Enged, eins voll. Hä, mach das doch einfach so? Ja. Ey, Fischi würde mach Björmann, Digga. Ich mach auch nichts. Ich sag, Roma wird eh nichts missen. Mach den Helm, mach den Helm, mach den Helm, mach den Helm. Mach den Helm. Hä, du hast doch auf irgendeinem Helm safe Unbreaking, oder? Nein, ich hab auf keinem einzigen Helm Unbreaking. Hast du ein Buch mit Unbreaking? Ja, aber das mach ich auf die Schuhe. Stimmt. Digga, aber ehrlich, dass zwei Teams den nachjoinen ist crazy. Ich hab doch sogar noch ein Pro4 Buch. Warum endsch ich überhaupt noch? Warum endsch ich? Hallo, Max? Mates? Hallo? 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 Was? Was macht's los? Ich hab noch ein komplettes Pro4 Buch, Digga. Ja, das kannst du auch irgendwo drauf bauen. Kannst du dann auf... Aber auf dem Helm würde ich schon enchanten. Ich hab doch den Helm enchantet. Ja. Ich hab noch... Welches Piece willst du noch enchant? Hose, Hose. Ja, kriegst du auf Hose P3? Nope, aber ich krieg ein P4 Buch. Aber ich schau, ob ich ein P3 Buch bekomme für weniger Level. Nein. Guck mal auf Hose, ob du weniger Level P3 bekommst. Nein. Weil du brauchst keine Sofie, brauchst du für... Digga, du hast 3 mal Pro, du hast 3 mal Pro, die Unbreaking 3 Hose. Also, du musst niemals auf Hose gehen. Aber ich will trotzdem noch ne... Mach einfach Unbreaking 3 Hose. Trau dich, trau dich, trau dich. Da! Trau dich, trau dich, trau dich, trau dich, trau dich, trau dich, trau dich. Ich hab hier 24 Level ne? Ne, du kannst noch ein Buch weg. Mach noch ein Buch weg. Hä?! Für 18 Level bekomm ich Pro3. Sag ich, daub, Bruder. Trau dich. Guck, Buch. Guck, wir wissen, ob du vielleicht Unbreaking 4 Hose bekommst. ich habe ja noch ich habe ja noch p3 digga ich nehme einfach paar level mit und kombiniert die p3 hose jetzt stehen nein ich baue ab und dann kommt er du musst du nicht mehr dann lasst du da stehen dass man da stehen dass wir verbrennen den scheiß brauchst jetzt ganz kurz jetzt wird hier schon mal ein bitte damit man wer über sich hat notiert aber links ein videos noch mal haben wird ja genauso hell mit ganz links und chest und dann ja macht das mal mit den drei jahren genau so machst du das jetzt erstmal damit wir es noch ein bisschen übersicht hast geil kein impfplatz mehr umrecht sein umrecht selber umrecht schnell noch mal runter dann chest über mit dem bogen das mit dem bogen dann die hosen mit den schuhen und so und jetzt machst du jobs das was denn was und werbung sollte ins werbung erregten dass die politiker boga weg den da ja den bogen okay jetzt mal ja mal die armer die du jetzt hast okay ich wünsche mir mal machen immer mal die beste aber ganz nach oben so jetzt ja gut jetzt gehe auf die schuhe wird mit sport hier machen die da nee bist du dumm ja warte mal anbrechen sollte ich auf deswegen feather falling machen ja ja das darf ich lieber auf die ich weiß nicht mehr mal auf die das wird zu teuer oder ja das wird zu teuer ich auf die hier auf die da war auf die da ja genau genau das noch ein buch trotz hier ich kann noch meinen helm einfach machen ich mache noch meinen helm einfach dann ich repare jetzt aber er wird aber selber sagen eben nach die zwei pro drei hosen zusammen ja wie die drei zwei pro drei hosen kosten die idee die zusammen machen ja so schön aber ich brauche ja dann noch mal eine hose scheiß auf helme scheiß auf helme ne du hast doch zwei zwei sparen die alle anbrechen sind das netz ist ein reiner oder ja aber die müsste ich noch das netz ist noch das ist meine frage seine trüste weil du musst um dort netz ist auch noch eine schuhe gab die port 4 test oder drei war nur sind die da war zu spüren nein ich habe keine die folge okay dann ist dann ich habe ich ja du wirst nicht sehen wie du es morgen jetzt kommt was du alles an hast du es anders guck doch was du alles an haus bitte auf die mann auf die du alle egal ist mir egal jetzt ich mache mich nicht so viel sie mal ja zieh die anderen mit fernabend schon mal mit anbrechen ich will nicht ich bin ich gleich fertig ja dann kannst du das bauen gehen ja kann ich auch ich würde den schaum durch das bauen bewegen nein weil es uns finden da so drin so eine mast erster kill nach 20 folgen der gänsehaut erster kill nach 19 folgen komplett gänsefrau ich würde lieber das sogar machen nein 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 das ist dumm fishy was ist das ich vergleichen die erste gar nicht das ist der wort der jörg ist fast aber die muss ich nicht mehr reparen oder nein du hast den chest aber auch noch aber die schockt oder der 200 irgendwas oder 300 irgendwas die hat so 290 300 irgendwie die hat am unranking 2 das geht schon gut und sie ist aber wohl nicht aber auch immer so ein paar Jahre in der tschüss ist auch eine die so bei dieser Köln das sollte kürzmann der vorgleich vom durch das müssen Läuse siegte ihr alle werden halt Läuse und schluss ist halt das Ding. Das ist halt gut auch so. Die sind jetzt absolut das Favoritenteam. Nein, ich sag Tobias als Favorit. Naja, weiß ich jetzt nicht. Nee. Ich sag Tobias. Ich hab von einem Fall gesagt Tobias. Ich sag's sogar. Die müssen jetzt aber du Klink runterspielen, dann haben sie gewonnen. Nö, weil die werden von 6 Solos Zerchus, Digga. Was willst du? Rumba, Cracky, Tobias, Centrax, Wer lebt noch? Zweck, Pupil. Ja, die anderen beiden. Die 2 sind jetzt nicht so. Und dann halt von 4 Duos. What the fuck? Das ist so crazy. Aber einen wie 4, Digga. Die 4 Solos finden die jeder im Rennenorten komplett ab. Es sind 5 Solos, die theoretisch was haben. Und sonst der nächste wäre halt Prude Hoot. Der ist der 6. Sol. Die haben halt jetzt noch Spermo bekommen von denen. Ich weiß auch nicht wie gut, wie stack die waren. Ja, P4 wahrscheinlich. Das ganze P-Less, Digga. 7 Level. Ich muss jetzt gleich spawnen halt, gefühlt schon. Wobei, ich muss noch 19 Level für die Schuhe farmen. Also, ja. Oder, ich crafte mir einfach nochmal ein Neues. Du brauchst die 19 Level zum Repairn? Ja. Du brauchst die Level zum Repairn, du hast ja kaum noch Dias. Du brauchst die Dias zum Repairn. Jaaaa, dann farm ich halt nochmal eine Folge Dias, what the fuck. Okay, Bruder. Oder, es ist eigentlich egal. Weil ich kann auf irgendein Piece, kann ich einfach noch P4 ballern. Das könnte ich rein theoretisch auch einfach erst im Finale machen. Wenn ich weiß, was ich brauche. Und bei den Kill zum Beispiel, du hast da irgendwie 10 Helm oder sowas. Und du hast aber kein Chest mehr. Ja, ja, das ist guter Call, guter Call. Weil du einfach 8 Gears über immer, kannst du dir im Notfall theoretisch jedes Piece einmal craften. Jaaaa. Also beide. Die Hosen kostet noch. Du kannst du uns noch schon übernehmen, oder? Du kannst 12 Teamkills gewinnen. Welche Duos? Ich mach jetzt aber erst die Schuhe. Ja, es leben noch 2 Duos. Es leben noch 8 Leute? Die Picke muss ich gefühlen wieder. Ne, es leben 10. Ne, den musst du durch. 10 Leute leben noch und davon sind 2 Duos. Also ich hab 2 Duos. Jaaaa, wenn Leute gewinnen, finde ich unterliegt jetzt schon mal. Weil die Farmsetsonspringen durch. Warum soll es auch erlaubt werden? Ja, die haben halt auch 10 Folgen oder so. Ich finde die Einkillregel aber auch ein bisschen dumm, Digga. Weil guck mal, die haben seit Folge 1 nicht mehr gefeilt, jetzt ist Folge 20. Ja, aber jetzt hätten die die ja sowieso. Naja, weiß nicht, weiß nicht. Wie cool wäre es, wenn die jetzt noch gegen Tomex fighten eigentlich. Warum wäre das gut, dann hätten die halt noch mehr Schuhe. Nein, nein, weil dann würden sich 2 Full-P4-Teams halt Todesdrain. Glaubst du, die würden sich... Glaubst du, Tomex wird die Drain, Digga? Ja, obvies. Wird es nicht Tomex im Umfeld? Nein. Der draint die. Er lacht. Er hofft, Bruder. Wenn dann weiter. Die, die nicht, die nicht mehr. Ah, wer geht? Er legt. Das ist, was geht, Krass. Es geht um andere Spielwerse. Das geht um andere Spielwerke. Bis zum nächsten Mal. Auf der Schmack! Auf der the bestätigen Leute, Daito, Frau, Dekor, der wegstimmst. Ja, ich will nicht. Schmack. Dann würde ich gerne so glücklich, ne? Dann wäre ich so glücklich, ne? Dann wäre ich so glücklich, ne? war so wie das finale jetzt ist mit sechs solos und zwei du bist nicht das richtig geilen muss die holen um einmal so für zwei oder drei mach mal für den dinges mach mal für weniger da hast du schon da hast du schon oder ich brauche sechs level bist du dumm die ganze haut gut gut dann gehe ich jetzt spawnen oder ich fange mal deine arm auspacken oder eine ganz arm auch die du gerade an hast ganz langsam fort 4 ich würde die unbreaking 3 einmal erst mal anziehen ehrlich? und dann den helm ganz nach oben machen dauern dann unbreaking 3 Hose und du stellst die beste aber nach oben die du direkt sparen würdest ja ich würde vielleicht die schuhe nach oben machen die sparen die äh dingles die die das für den schuhe einen von den beiden ja aber ich würde eher die arm-raking-Schuhe halt eher sparen so ja ok kommt davon du musst halt schnell die das für den schuhe sparen können so ich würde ja passt so ist gut das benutzt direkt sage ich naja die P3 Hose nerven in der chest in der chest ist noch straftiger vertraut mir da ich kann mir noch eine P4 naja aber ich brauch doch paar level damit ich mir direkt die P4 Hose machen kann du kannst du musst achten musst du nach erinnerung der noch bei der da nein du hast um rückwirkend level mit dem mach ich doch gerade ich laufe zurück auf die pferdevolle Spuren ja was über die zu sprühen auf 102 Blöcke ne crazy das kein scheiß und vor der pferdevolle 100 Blöcke halb ist doch kriegst du ein halbes Herz ja fährt er von den vier schon geil ja zur not fahren mich die restlichen Level für die P4 Sachen einfach unter der Erde aber das Ding ist ich hab jetzt irgendwie doch gar nicht so viel ich hab nur dreimal Spare das ist schon gut Fische sagst du wenig ne 3 Spare Sätze sind nicht wenig also ich hab quasi nur zweieinhalb Mal du hast noch was in der chest oder ne ja aber das hab ich ja nicht P4 das ist ja das Ding ja das ist ja im Endeffekt ist auch egal wenn du zur dritten Spare kommst dann ist es dir glaube egal dann willst du auch was du hast du erstmal was ja aber dann muss ich dann auch noch dritten Spare schon kommst Digga dann also bist du bei der dritten Spare muss entweder die Märkte oder so ein Ding ist gewinnen ja es kann ja auch gut sein dass das einfach Läuse und so rein droppen und dann gewinnt der Tomex das ist ja auch gut sein weil die sind halt auch äh also also wirklich wenn Tomex gewinnt die mit Romba hier im 2e1 holen doch die wir Tobias und haben gehören holen doch wie ist es noch besser als ich nein doch nein doch doch so wo lauf ich jetzt lang hier ist alles zu doch nicht ja so wohl nur Borscheidung und Regenbremse in der Gegend nachdem hat die hat es ist fast kaputt einfach um um ich komme einfach noch spawnen wenn es gut läuft ich habe ich den früheren Gebetrotter über dem Euro und die Kräfte gemacht hat nun welche Baller auch steckt gegen ihn und was die Uhr und so gespielt haben nur Neckenbär zu gespielt Schädel und Stuttgart wir noch mal gefeiert mit dem stock und crack nicht weit auf und von vielen der schädlichen das noch mal gefeiert mit dem stock und cracker der krieg hat auch noch mal gefeiert normal gefeiert oder der typ hat weiß was man sein bogen gewinnen aus dem bogen gemacht hat denke endlich kann ich in der richtung mal nigger den genauso oft gebaut nach dem jahr oder nachher ist sicherlich ich hätte ja wirklich noch mal in den gefaltet oder so schwert kommt der hat der wegschwung gebraucht und so ein wenig hat ihn genauso das war es tschüss